einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen zur foskes konferenz 2022 die zweite konferenz die online stattfindet mit unterstützung der universität marburg wo die foskes eigentlich hätte vor ort stattfinden sollen ich habe jetzt die ehre die konferenz zu öffnen paar worte zur foskes zu sagen also zum foskes verein und auch noch ein paar worte zur zur konferenz gerade kamen noch die letzten zahlen rein wir haben jetzt 642 anmeldungen für die diesjährige foskes das ist wahnsinnig viel das freut mich sehr macht mir ein bisschen sorgen was die nächsten präsenz konferenzen angeht dass wir da auch die richtigen räume für finden aber das werden wir schon hinkriegen ist auf jeden fall schön dass wir da so viel interessierte hier haben auch dieses jahr finanzieren wir einen großteil der konferenz wieder über die sponsoren neben den teilnehmerbeiträgen die wir bewusst möglichst gering halten ich klicke jetzt einfach mal so durch ohne sie speziell noch mal namentlich zu nennen sie finden sich auch auf dem tagungsband und auf der homepage und tauchen immer wieder mal irgendwo auf im rahmen des programms da werden sie alle durchaus den kontakt finden und die namen auch sich wahrscheinlich im laufe der zeit merken und dann irgendwann mal wieder erkennen neben den sponsoren die uns finanziell unterstützen haben wir noch diverse medienpartner die uns mit logistik und technik und gutscheinen und software und so weiter unterstützen damit die konferenz auch funktioniert zum beispiel jetzt auch diese video vorträge wir haben erfahrungsgemäß immer laut den umfragen jedenfalls bei den präsenz konferenzen jedes jahr ungefähr die hälfte wiederholungstäter bei der konferenz ungefähr die hälfte der teilnehmer sind neu deswegen jetzt noch mal paar worte zum foskis verein wir haben aktuell 252 mitglieder das ist interessanterweise exakt dieselbe zahl wie im letzten jahr obwohl wir einige eintritte hatten beitritte hatten wir freuen uns natürlich über jedes neue mitglied die beiträge sind auch nicht besonders hoch obwohl wir sie letztens noch mal angepasst haben aber da kann man relativ schnell und mit einem kleinen formular beitreten dass man hier unter dem link findet den ich da gemacht habe und vielleicht können wir noch das ein oder andere neue mitglied gewinnen ansonsten ist denke ich allen bekannt jeder der aktiv wenn der foskis osg usd mitmischen möchte kann das tun da ist keine mitgliedschaft voraus vorausgesetzt der verein besteht mittlerweile seit 22 jahren haben letztens auch noch mal darüber gesprochen dass da immer noch die 20 jährige geburtstagsfeier aussteht wir denken weiterhin dran und wenn es irgendwie geht werden wir das sicherlich auch auf die beine stellen dass wir uns mal wieder sehen und ein bisschen feiern der foskis ev versteht sich als local chapter der osg der internationalen foundation zur förderung von open source geosoftware und daten und der foundation der osmf local chapter bezieht sich auf den deutschsprachigen bereich also deutschland österreich und der schweiz die foskis konferenz besteht seit 2003 das heißt wir haben dann auch im nächsten jahr schon das 20 jährige jubiläum der foskis konferenz fällt mir gerade auf vielleicht kann man sich daher auch noch was schönes für ausdenken werde ich mir mal hier gedanklich notieren wir haben eine schlichte aber informative homepage vom verein die ist natürlich frei zugänglich da gibt es die news seiten was immer so wo stattfindet was gerade an aktivitäten ist ab und zu besuchen wir andere veranstaltungen hier unten warum open source immer wichtiger wird dann gibt es da kleine berichte ansonsten was so passiert die arbeitsgruppen stellen ab und zu mal berichte ein da kann man sich ein wenig informieren ohne sich irgendwo einzuschreiben in mailing listen oder in chats eine news die wir gerade gesehen hatten ist die dienstleister liste die wir nach längerer vorbereitung dann jetzt auf die beine gestellt haben und die funktioniert da kann man sich als foskis osgeo open street map dienstleister eintragen lassen weil wir ab und zu auch mal anfragen kriegen nach professionellem support wer kann uns da weiterhelfen und um das möglichst neutral zu gestalten haben und dazu entschieden diese liste auf die homepage zu packen da sind schon sehr viele drauf können aber natürlich gerne auch noch mehr werden wir haben relativ neu auch diese diese termine und den vereinskalender was auch interessant sein soll soll interessant ist denke ich mir wo man sich über anstehende termine informieren kann das sind konferenzen das sind arbeitsgruppen treffen das sind auch sitzungen des vereins vorstands die die öffentlich sind und online stattfinden den kalender kann man sich abonnieren bei sich selber mit mit einbinden oder eben auf der homepage sich das angucken ab und zu mal durchklicken und wie man unten sehen kann man kann diese einzelnen einträge mit den dreiecken sogar anklicken haben und dann geht noch eine neue zeile auf um bisschen mehr infos drin stehen und dann auch wirklich der link um die teilnahme zu ermöglichen das ist nicht unbedingt sehr offensichtlich und findet nicht immer jeder deswegen erwähne ich das hier nochmal ansonsten wer mit dem verein oder mit anderen mitgliedern in kontakte treten möchte hat die möglichkeit das über meldinglisten zu tun die haupt meldingliste ist sicherlich die foskes talk liste hier mal das screenshot dazu mit anmeldung mit öffentlichem archiv wo nicht nur vereinsangelegenheiten besprochen werden das kommt durchaus auch vor aber wo auch viel fragen eingehen und beantwortet werden zu software support viel mit was viel geht es um kugis lismap manchmal irgendwelche webmapping fragen postgis fragen die dann da irgendwie dran docken also da ist jeder herzlich eingeladen sich anzumelden und mit zu lesen vielleicht auch mal eine frage zu stellen mit zu diskutieren und außerdem gibt es noch einen matrix kanal hier auf der rechten seite das ist auch der öffentliche foskes channel wo man sich auch mit mit einklinken kann um noch schneller als per mail vielleicht mal zu diskutieren fragen beantwortet zu kriegen findet man alles auf der homepage jetzt keiner merken und abfotografieren dann haben wir auch einen twitter kanal ziel für die konferenz ist der hashtag foskes unterstrich konf mit k vorne geschrieben die konferenz da wird es sicherlich eine ganze menge tweets geben im rahmen der konferenz auch mit aktuellen infos also wer bei twitter angemeldet ist kann sich diesen hashtag auch mal abonnieren und wer was twittert zur konferenz kann natürlich sehr gern auch den foskes konferenz hashtag benutzen und ein wenig uns bei der öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen dann komme ich schon so ein paar organisatorischen aspekten der konferenz wir sind ja alle schon in dem online portal von der konferenz drin und können können mich hören wie ich diese eröffnung hier gerade halte da gibt es noch ein paar weitere menüpunkte vielleicht hat der ein oder andere sich schon mal durchgeklickt vielleicht sind auch so ein paar sachen natürlich schon vom letzten jahr bekannt wer schon mal dabei war wir haben hier links dann in der menüleiste immer ganz oben ist gibt es die willkommen seite mit allgemeinen infos relativ viel text zum durchlesen aber da steht dann auch soweit ich das gesehen habe alles drin ich denke da hoffe da hat sich wichtiges vergessen worden sich ein bisschen hier zurecht zu finden in der ganzen software und in der konferenz um die räume zu finden wir haben den zeitplan wir haben eine teilnehmerinnen liste das sind glaube ich die die gerade online sind und nicht die gesamte liste wenn ich richtig das in erinnerung habe und wir haben dann noch ein paar weitere punkte auf die ich jetzt noch mal eingehen möchte das eine ist dann hier die netzwerk welt mit dem screenshot vielleicht schon vom letzten jahr bekannt mutet so ein bisschen 80er jahre mäßig an von nach von der grafik her lohnt sich aber durchaus da mal rein zu gehen in den browsen andere teilnehmer zu treffen miteinander zu quatschen ein wenig umzustöbern da wird auch heute abend das social event stattfinden und ich habe hier auf der rechten seite im screenshot die bühne mal ein bisschen vergrößert dort auf dieser insel mit der freiluft bühne wird es dann heute abend auch ein wenig live musik geben also da kann man jederzeit rein und ich kann das auch nur empfehlen da mal durch die gegend zu laufen und gucken wie man noch so treffen kann dann haben wir als nächsten punkt da drunter dass den speed dating knopf das ist eine neue sache das gab es im letzten jahr noch nicht da kann man sich dann zufällig mit anderen teilnehmern die gerade im speed dating sind verbinden lassen gestern war ich alleine da als ich den screenshot gemacht habe es wird sich auch ein wenig mehr füllen darunter haben wir den punkt der expo dort finden sich die die sponsoren und aussteller wieder mit einer kurzen beschreibung wer was tut noch einmal falls jemand nicht bekannt sein sollte und wenn man sich da dann weiter geklickt dann landet man auf den virtuellen aussteller ständen der jeweiligen firmen und ausstellenden organisationen kann da mit den entsprechenden personen reden fragen stellen quatschen leute treffen und so weiter also da bitte auch gerne mal hingehen und gucken sind ja eine ganze menge aussteller und sicherlich auch die ein oder interessanten anderen interessanten dabei und vielleicht auch gerade wenn es intensivere fragen zu vorträgen gibt sollten die vortragenden hier auch bei den sponsoren sein kann man da dann vielleicht auch noch mal dann kontakt aufnehmen und ein bisschen weiter diskutieren was über die normale diskussionszeit hinaus geht dann haben wir noch die job börse ich weiß jetzt gar nicht ob ich dazu eine folie habe ich klicke einfach mal weiter nein habe ich nicht die job börse da stehen schon einige angebote drin habe ich gesehen also es gibt im moment eine ganze menge geo jobs zu vergeben wer da was sucht findet da sicherlich was und kann dann dementsprechend auch kontakt zu den firmen aufnehmen die jobs zu vergeben haben in dem bereich genau das waren die punkte hier oben links auf die noch mal kurz eingehen wollte dann haben wir die verschiedenen bühnen wo man dann hin und her switchen kann auf welche bühne man gehen muss um welchen vortrag zu hören findet man dann natürlich im programm und weiter unten die den expertinnen raum und die ganzen räume für die workshops die expo räume tauchen da noch mal auf ich denke da ist genug gelegenheit sich mal durchzuklicken und ein bisschen sich hier auf der online konferenz umzutun dann neben dem social event das heute abend stattfindet wo uns hoffentlich mit vielen leuten in der netzwerkwelt treffen werden zumindest mal per video chat sehen können und quatschen können gibt es auch dieses jahr wieder als lustiges und schönes event das foskars foskes jeopardy an dem jeder teilnehmen kann der teilnehmen möchte es gibt ein paar preise zu gewinnen die sind von den platin sponsoren die die wir auf der linken seite da sehen rucksack taschenmesser ein lego globus wo weil die hat wieder diverse büchergutscheine bereitgestellt und ich habe gerade von katja gehört jeder teilnehmer bekommt auch ein t shirt unabhängig davon ob man die fragen richtig oder alle falsch beantwortet anmeldung bitte über hannes der das durchführt wenn man im programm ist findet man dann hier den link zu hannes blog und da die weiteren kontaktinformationen lohnt sich auf jeden fall erfahrung vom letzten jahr es macht spaß wer bei der ersten runde nicht mitgemacht hatte hatte sich geärgert also nur mut okay dann bin ich jetzt schon am ende mit der eröffnung der konferenz und wir kommen zu den fachvorträgen wir haben jetzt vier vorträge mehr oder weniger am blog die sind heute morgen relativ eng getaktet in der ersten stunde da ist nicht so wahnsinnig viel zeit für diskussionen die referenten sind aber auch online und können sicherlich auch im chat nebenbei mit konferieren mit 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 diskutieren und kurze fragen beantworten ansonsten gibt es ja noch zwei podiums diskussionsrunden also eine am freitag die steht im programm drin eine hat so marco mir gerade gesagt morgen abend die habe ich jetzt ist so schnell auch noch nicht wiedergefunden wo die referenten auch noch mal auftauchen und mir erzählen und gefragt werden können wir beginnen jetzt mit dr marco lechner aus freiburg der was zur open source strategie des bundesamtes für strahlenschutz bei der entwicklung von den notfallschutzsystemen erzählt switchen danach wahrscheinlich mit sehr kurzer pause nehme ich mal an zu professor dr sebastian meyer über ähm der einen reality check vorstellt wie sieht das mit open data in deutschland aus das beides sind ähm 20 minuten vorträge ungefähr und es schließen sich dann zwei lightning talks an das eine ist von franz josef bär unsere überzeugung verbreiten ähm ein buchprojekt open source um open data in der geoinformatik da ist er schon sehr lange dran und hinterher das habe ich mitgekriegt und ähm vielleicht gibt es ja den nötigen ansporn dass das jetzt noch mal bisschen besser und schneller vorangeht und auch mal abgeschlossen werden kann das wäre sehr schön und am schluss müssen sie dann noch mal mich hören wenn sie so lange drin bleiben wo ich dann ein wenig aus dem post eingang des foskes accounts plaudern werde das war meine letzte folie vielen dank dann können wir mit den vorträgen starten denke ich oder die 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 Untertitelung des ZDF, 2020